Die größte Motivation ist den Menschen die Chance zu geben, an etwas sinnstiftendem zu arbeiten. Wir bei Matra beschäftigen uns mit der Entwicklung von Fahrzeugkonzepten mit elektrischen Antrieben und ein Ergebnis ist zum Beispiel der Ziesel. Der Ziesel ist eine elektrische Fahrmaschine, sehr reduziert auf die Funktion, aber mit sehr hoher Leistungsfähigkeit. Es ist uns wichtig, die Eigenfertigungstiefe auch in Tirol hier sehr hoch zu halten und möglichst regionalen Partnern hier den Ziesel zu produzieren. Nicht nur die Entwicklung vom Ziesel ist im Haus passiert, wir machen auch die komplette Fertigung vom Ziesel in der eigenen neuen Produktionsfirma. Den Ziesel sehen wir als Botschafter, um zu zeigen, was heute mit Elektromobilität eigentlich alles möglich ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.